Das mobile digitale MEX Plus Röntgensystem der Firma Medical Econet ist die ideale Lösung für Pferdepraktiker, um schnell und effektiv Röntgenaufnahmen auswärts im Stall zu erstellen. Aufgrund des leichten Gewichts und der kompakten Größe passt das platzsparende System problemlos in jedes Auto. Die komplett kabellose Anwendung ermöglicht einen äußerst flexiblen und komfortablen Arbeitsablauf. Durch die Nutzung der eigens entwickelten, innovativen Systemtasche, welche den Laptop und Detektor beinhaltet, ist es möglich, das komplette System in Kombination mit einem hybridbetriebenen Röntgengenerator innerhalb von nur wenigen Sekunden betriebsfähig zu machen – und das ohne externe Stromquelle. Für die erste Planung einer Studie bis zur Diagnose sowie Vermessung und Nachbearbeitung der Bilder sind nur ein paar Klicks in der MEX Plus Akquisitionssoftware notwendig. Die hochauflösende Bildqualität erlaubt eine präzise Diagnose und ermöglicht eine individuelle Beratung und Behandlung. Die hochauflösende Bildqualität erhältlich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020